hey freunde was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ja freunde lange kein video gewesen ja jetzt jemand auf hier an meiner seite ja wir gehen heute in den serien geht die park ja die ein oder anderen können sich vielleicht an ein video von mir erinnern bitte 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 lass lass noch zu noch zu noch zu noch zu bitte noch zu ja ich bin erst mal schon ob ich überhaupt reinkommen aber das testen wir jetzt aus einfach den ganzen tag so mit und machen natürlich hier wieder fax und ich würde sagen ja drückt auch abonnieren und tickt auch auf das plus instagram abonnieren alles in der video beschreibung markieren ich will sagen wir gehen jetzt rein viel spaß nicht ob es gut ist wenn wir jetzt an der kasse vielleicht kannst du so heimlich so von da nach da ich kann das hätte aber so mehr das schon auffällig oder hallo genau zwei personen wenn es geht genau geht das auto kaputt sicher und wenn da so ein löwe an mein auto kommt oder so guck mal freunde wer erinnert sich an dieses schild hier nicht aussteigen lebensgefahr fenster und türen geschlossenheit das heißt fenster werden auf du willst wieder dass ich hausarmut bekommen was geht oh kannst du da weg gehen kollege kollege das sieht ja aus wie du entschuldigen sie könnten sie einmal ganz kurz zur seite gehen nein oh mein gott werde ich anguckt der gibt ihr ich habe echt angst das auto weil normalerweise fährt man hier so mit alten autos rein hier guck mal unser ziel ist es ja wieder ein hausarmut zu bekommen ja diesmal will ich auch hausarmut deswegen würde ich sagen ich bin jetzt ein spiel man muss auf jeden fall ja sagen wir würden jetzt mal schauen was passiert und keine tiere aber so weit ihre kommt dann müssen weiter hallo oh mein gott wir müssen weiter wir müssen weiter schnell hier sind überall büffel bitte kann man bitte weiterfahren ja das video ist mitgesponsert von genshin impact das mehrfach ausgezeichnete open world game ist eine sache für jeden hier von uns auf dieser map kannst du 7 krasse neue orte kennenlernen du musst kämpfe meistern challenges überleben und noch vieles mehr glaubt mir leute selbst Jalal ist süchtig nach diesem game die locations und das komplette gameplay sieht so real aus dass man denkt man ist selber im spiel drin es gibt viele verschiedene charaktere mit magischen kräften die man dann in kämpfen nutzen kann und jeder von den charakteren hat eine andere magische kraft es macht unglaublich viel spaß also mach mit und lass uns gemeinsam in dieser open world überleben und wenn man sogar natürlich will kann man sich seine eigene map sogar selber bauen es gibt so eine liste wo du dir selber gebäude gegenstände tier und pflanzen alles selber so machen kannst wie du willst die materialien zum abbauen findest du überall auf dieser map also ganz ganz easy gemacht und es gibt auch so eine ganze liste mit vorgefertigten gebäude und gegenständen ähnlich wie ihr es bei minecraft kennt nur viel besser und sogar jetzt im neuen patch 2.7 wo neue charaktere hinzugefügt es ist einmal Jalan und Kukishi Nubu es gibt in genshin impact so viel zu erleben und wenn du bock drauf hast dann lad dir doch den ersten link in meiner bio einmal das spiel runter überall erhältlich sei es ps4, 5, ios, android oder pc ok kuss auf die nuss und vielen dank für euer support ok alles schön und gut aber können wir jetzt bitte weiter ja ok oh mein gott freunde da ist sogar schon die ganzen ranger und autos und so aber guck mal du weißt ja du musst ja ja sagen ne ey hallo ja du musst ja ja sagen ne mhm guck sogar hinter uns ist ein auto liebe eisernleute oh mein gott die ist ja da vorne ey wir werden direkt rausgeschmissen aber wie wärs denn wenn du ganz kurz aussteigst die hat die mir einfach mit dem holzstab gepiekt damit der von der straße weg geht ne aber wie wärs denn wenn du ganz kurz aussteigst ja oder nein ganz kurz mhm oh mein gott ich kann jetzt nicht aussteigen ich kann jetzt nicht aussteigen wir werden einfach rausgeschmissen ja oder nein ja oder nein column ich ´h ausverbot Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib doch stehen! Du musst näher ran. Du musst näher ran. Du musst den nehmen, der sieht sogar netter aus. Näher ran. Jaaa. Es juckt dir einfach nicht. Streck deine Hand jetzt raus. Oh, der sieht voll eklig aus. Los, los, mach runter, mach runter. Weiter, weiter. Oh, die Leute hinter uns gucken schon. Streck deine Hand raus, los. 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 Komm her. Der hat ja einfach keinen Bock auf dich. Der holt aus. Der holt aus. Nein. Nein, okay, fahr, 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 fahr. Er hätte ja einfach deinem Auto eine Bombe gegeben. Ich wäre ja einfach weg. Das Horn wäre ja in mein Gesicht reingegangen. Okay, Freunde. Es geht los. Löwengehege. Oh mein Gott, Leute. Er liegt einfach auf der Straße. Einfach ein Löwe. Oh mein Gott. Also, du musst halt definitiv das Fenster aufmachen. Hinter dir ist sogar direkt ein Ranger. Oh mein Gott. Du musst halt definitiv mach das Fenster auf. Mach das Fenster auf. Mach das Fenster auf. Mach das Fenster auf. Oh mein Gott, wir werden raus. Oh nein, oh oh, die kommt. Du lässt auf jeden Fall das Fenster auf. Oh mein Gott. Ja, nein, nein, ja, nein. Lässt du das Fenster auf? Du musst, hallo, hallo, du musst. Oh, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh, hallo. Ah, oh, hallo. Ah, 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 ah. Hey. Ah, 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 ah. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Guck mal, wie aussieht. Danke für deinen Besuch. freundlich das video gestimmt aber habe ich gemerkt dass ich gar kein auto habe ich bin gerade mitten einfach in griechenland das hat halt gar nichts mit dem video davor zu tun auf jeden fall hoffe ich trotzdem dass euch das video gefallen hat auf jeden fall ein abo und ab jetzt kommen wieder regelmäßig videos hoffentlich abonniert ihr hoffentlich glocke aktiviert jetzt und teilt das video in euren stories und wir genießen jetzt ein bisschen unsere zeit hier in griechenland auf kreta verfolgt unsere stories was wir so machen und ich würde sagen ja